Warte mal. Irgendwie sagt die weg hier. Die sagt weg. Geld ist eine Droge und ihr seid alle drauf. Ich kann es euch ja sagen, ich bin es manchmal auch. Die Stadt ist voller Dealer, sie stehen überall. Man kann sie leicht erkennen, sie wirken so normal. Und niemand kommt ihr Leben raus. Und niemand kommt ihr Leben raus. Reichtum. Reichtum heißt der Glaube und Geld ist euer Gott. Millionen wollen Millionen, ich erkläre den Bankrott. Die Stadt ist voller Priester, im Rathaus und in der Bank. Im Fernsehen läuft die Predigt und macht uns alle krank. Und niemand kommt ihr Leben raus. Und niemand kommt ihr Leben raus. Ja, die Euroengel sind da. Testen Sie die neue Währung. Euro. Ja, immer rein da. Heute hier Euro umsonst. Wer noch nicht hat, der kann zugreifen, wir verteilen. Wollen Sie Euro haben, die gibt es euer umsonst. Bitteschön. Wenn Sie wollen, Sie können den Euro hier direkt haben. Sie können sich was rausnehmen. Wollen Sie haben? Sie können mal reinfassen, testen und wenn Sie wollen mitnehmen. Dürfen wir eine Handvoll Kleingeld, Euro hier hinlegen. Wir machen das als Präsent gerade für die Schweiz hier. Was machen Sie? Vielleicht lassen Sie noch einen Schein hier. Ein 50 Euro Schein, das sind immerhin auch fast 100 Franken. Wenn Sie wollen, können Sie eine neue Flasche bestellen da vorne. Lieber Millionär, wenn du eine bodenständige, selbstbewusste, lebenslustige Partnerin haben möchtest und eine aufregende Beziehung führen möchtest, dann bin ich die richtige Wahl.